Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013. Mein Name ist Glabur, jawollah, mein Mikro steht ganz schön doof. So, wir haben ein Vertragsangebot bekommen und ihr habt gesagt, ich soll zu Red Bull wechseln. So, dann nehmen wir dieses Angebot nämlich an. Up to Red Bull! So, Herr Vettel, ich bin Ihr Teamkollege und ich liege vor Ihnen. So, wir gucken unsere E-Mails nach. Wir sind in Zirka Dras, Pornia, Funk und Cheeps. Wir haben am Freitag Regen, am Samstag Sonne, Sonntag bewirkt. So, und hier gibt es jetzt ganz kurz einen Cut. Ich habe vergessen, meinen Browser aufzumachen. Ich habe Setups gefunden. Also, gleich geht's weiter. Bin ich gleich. Jo, da bin ich wieder. So, für euch war ich nur ein guter Schnitt. Wir gehen ab mit Red Bull zum Ungaro-Ring. Äh, Ungaro-Ring. Belgien. Belgien ist es. So, so wie ich weiß, es ist Belgien. Ähm, ich habe zwei Stück bei der Rennstrecke. Ich gehe erstmal auf das, was laut der Seite etwas langsamer ist, aber anscheinend besser für Rennen ist. Weil das sieht mir nicht ganz so aggressiv aus, das ganze Setup. Und das ist das, was wir ja eigentlich wollen. Ein nicht so aggressives Setup, dass wir auch unsere Rennstrategien überleben. So, wir schauen jetzt erstmal unsere, das, die Rennstrecke an. Äh, so war's. Okay, eine Runde in Spa. In die letzte Schikane, sauber und langsam, um das Auto am Ausgang gerade zu haben. Schön auf die Traktion achten. Lass die Räder nicht durchdrehen. Jetzt geht es auf Startziel. DHS und etwas Kers Richtung Kurve 1. Hier kann man im Rennen überholen, aber Vorsicht beim Bremsen. Hier blockieren schnell die Räder. Am Ausgang hilft allerdings das Streckenprofil bei der Traktion. Jetzt bergab auf die berüchtigte Eau Rouge zu. Hoch in den siebten Gang und da ist sie. Jetzt heißt es Augen zu und durch. Du kämpfst mit der Lenkung, aber du bleibst voll auf dem Gas. Jetzt DHS aktivieren. Etwas Kers und bergauf Richtung Kurve 5. Hier kann man im Rennen gut überholen. Anbremsen nach dem 100-Meter-Schild. Curbs auf der linken Seite einlenken, langsam rechts, dann links und wieder rechts. Jetzt schau nach links, der höchste Punkt der Strecke. Nimm die ganzen Curbs am Ausgang mit und dann runter zur Kurve 8. In der Kurvenmitte neigt das Auto zum Untersteuern. Also hab Geduld, gib wieder Gas, wenn das Auto gerade ist und bereite dich auf Kurve 9 vor. Nutze am Eingang und Ausgang die Curbs, dann geht es runter Richtung Courant. Diese Doppel-Links macht richtig Spaß in einem Formel-1-Auto. Überall spürst du die G-Kräfte. Schau am Kurvenausgang nach links auf die Schilder. Anbremsen beim 100-Meter-Schild runter in den dritten Gang und langsam rechts. Jetzt, dann links. Jetzt zieh wieder nach links. Gerade anbremsen in den zweiten Gang. Nutze am Ausgang die Curbs voll aus. Dann folgt Kurve 15. Hier ist es extrem wichtig, die Kurve richtig zu erwischen und den ganzen Schwung mit auf die lange Gerade zu nehmen. Hochschalten, sechster, siebter Gang, Vollgas bis zur Kurve. Das ist Blangement. Siebter Gang, Vollgas, mit viel Gefühl durch die Kurve. Kein Speed verlieren. Jetzt ist eine gute Überholmöglichkeit. Anbremsen am 100-Meter-Schild. Zweiter Gang oder erster Gang, wenn das Heck instabil ist, was hier oft der Fall ist. Schön gerade am Ausgang. Vollgas, DRS, Kärs und das war eine Runde in Spar. Eine Runde in Spar und wir sagen ruhig, das ist das Wohnzimmer von Michael Schumacher gewesen. Zumindest so kann ich mich dran erinnern. Wir machen Aerodynamik und stellen beide Front- und Heckflügel auf 1. Dann stellen wir die Bremsen auf 48, 52 High und Standard. Dann die Bremsen-Stabilisatore vorne stellen wir auf 3, Heck auf 8. Dann Front-Wide-Height-Bodenfreiheit 2. Ja, ich habe das hier alles auf Englisch. Ich soll es für euch auf Deutsch verlesen. Bodenfreiheit Heck 2. Dann haben wir Federung, Front 10 und Heck 10. Dann das Getriebe haben wir 133, 168, 200, 231, 264. Alter Schwede, ist das komisch übersetzt. 295 und 329. Ich baue mir eine Leiter. Warum nicht? Motor ist Standard, lassen wir so Spur. Dann Radsturz vorne minus 3,40. Radsturz hinten ist minus 1,40. Spur vorne ist 11. Und Spur hinten ist 38. So, das sollte das erste Setup sein. Wenn ich merke, du Leute, es ist scheiße, dann nehme ich das andere. Ja, aber wenn ich ein cooles Gefühl habe und mir gefällt es, dann lassen wir es so. So, ich würde sagen. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Ja, schön, ja, schön, mach du da. Oh, wir haben eine Aufgabe. Fahre drei Runden unterbiete die vorgegebene Zeit. Gut, nutze dabei deine Reifen um weniger als 21% ab. Okay, machen wir. Die Strecke kann ich einigermaßen, kann ich einigermaßen. In diesem Test möchten wir den Reifenverschleiß auswerten. Es ist wichtig, dass du die Reifen während des Tests nicht zu stark abnustst. Gleichzeitig musst du dir doch die vorgegebene Zeit unterbieten. Wenn du die Reifen zu stark abnustst, können wir mit dem DAS nichts anfangen. Eigentlich klar. Machen wir. Oh, das ist schon 4%. Der hört sich mal ganz anders an, der Red Bull. Also, ganz, ganz anders. So, Vollgas. Sehr schön. Der ist auf. Aber auf Endgeschwindigkeit muss man jetzt wirklich mal sagen. Nicht so agil wie der Mercedes. Kann aber an dem lang übergesetzten, lang übersetzten Getriebe sein. So, sehr schön. Boah, was mach ich denn? Da kommt nichts! Und wieder Gas. Das ist voll unruhig, finde ich. Löp, das löp, das schaffen wir locker. Alter, mit voll rausbeschleunigen. Ah, das ging doch gut. Also, ich fahre jetzt den Test hier zu Ende. Und ich werde das andere Set-Up nehmen. Guck mal, da kommt nichts, Leute. Kein bisschen. Das Getriebe ist bis 3,29 Uhr übersetzt. Und auf Ende kommt da gar nichts. Das ist total scheiße übersetzt. Das ist eindeutig meine Meinung. Sebastian ist der Moment. Sebastian ist der Moment. Oh, Laufframes. Hello, könntest du bitte wiederkommen? Jetzt geht's wieder. So, weiter geht's. Also, Laufframes. Oh, 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 oh. Also, das Auto fühlt sich mal richtig gut an, aber da kommt nichts, auch wenn ich jetzt hier auf Fett stelle, da kommt einfach nichts, Leute. Der ist viel zu lang übersetzt, die Karre. Ich werde das Benzin jetzt immer auf Fett lassen. Ja, bitteschön, kostet 5 Euro. Für dieses Stück hier mit der S ist es okay, aber... Nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich bin wirklich komplett am Limit, Leute. Und das hier ist das Stück, wo der Motor einfach nicht hochdreht. Trotz hohen Drehzahlen. Ich hasse die Boxeneinfahrt. Also, ich bin der Meinung, wir nehmen das andere Setup. Einfach... Keine Ahnung. Ich komme ja gar nicht richtig auf Speed. Wir wären zwar eine halbe Sekunde schneller gewesen wie Hamilton, aber mit voller Drehzahlen. Und das ist das, was ich eigentlich nicht möchte. Ich möchte ja schon mit Standarddrehzahlen den Mercedes hinter mir lassen. Dann haben wir auch Chancen. Dann haben wir auch Chancen. So. Und aus dem Grund sage ich, bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Ich sehe nur gerade... Irgendwie muss ich das Setup... Schnelles. So. Machen wir so. Weil er hat gesagt, auf Standard lassen. Ah. Das muss auf Standard bleiben. Wir fangen jetzt mal hinten an. Minus 1,40. Minus 3,40. Motor ist klar. Getriebe ist nämlich auch komplett anders. 139. 176. 210. 241. 242. 272. 304. Und 336. Keine Ahnung. Ausprobieren, Leute. Wir haben ja beide Setups und dann entscheiden wir. Vorhin sind 2. Bodenfreiheit vorne. Hinten auch 2. Und Federung hart ist 10, 10. Dann Bellington haben wir 3 und 8. Bremsen ist 51,49. Und Aerodynamik ist 3,3. Also er geht wirklich auf viel mehr Aerodynamik. Gut, wir speichern das mal. Unter Spa 2. So. Und werden mal sehen, ob das vielleicht besser ist. So. Also los, Jungs. Setzen wir diese Änderungen um. Ja, die Reifen sind auch vollkommen okay. Wir machen, äh, fliegen... Nee. Fliegen eine Runde. So. Motor Mapping Standard. Und ab geht's. Auch übelt sich am Quälen hier. weiter. Du könntest in allen Sektoren noch schneller fahren. So, jetzt bin ich gespannt. Volle Konzentration und auch das Maximum versuchen rauszuholen. Nee, Leute. Auf gar keinen Fall. Ich muss zwei Runden fahren. Ich hab das DRS wieder zugemacht. Blöd, Mann. Oh! Das fühlt sich verdammt scheiße an. Eine Runde fahr ich noch. Oh! Oh! Du verlierst viel Zeit in den letzten beiden Sektoren. Oh! 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 Ich hab gar keinen Grip in der Kurve. Laut Controller, dann vibriert es ja. Wir fahren über eine Sekunde langsamer. Was ist das denn für ein Bug jetzt? Alter! Auf der Schrecke hat man immer... Nein, wir gehen in eine Box. Und nehmen das andere Setup. Nein, auf gar keinen Fall. Es war ein Versuch wert. Und das erste Setup war eindeutig das Bessere. Eindeutig. Das ist viel zu lang übersetzt. Also, das geht gar nicht. Und an dem anderen Getriebe kann man ja noch ein bisschen rumspielen, selber. Ja? Weil der ist auf der langen Gerade, wo wir durch die Kurve fahren, viel zu lang übersetzt. Und da braucht man ja auch Topspeed. Wir können ja nicht nur auf einer Geraden Topspeed uns holen. Okay, die Strecke ist frei und wir sind bereit. Wir nehmen Spa. So. Und dann kann man das Getriebe... Guckt euch das nämlich hier mal an. Wir stellen mal auf 324 und den stellen wir mal noch ein, kürzer. So. Das speichern wir mal. Da schreibe ich jetzt mal Glabur rein, dass das meins ist. So. Das war hier mal ein bisschen das Optimale aus diesen... Ja, man muss so sagen, Renault war auch ein bisschen schlechter von der Leistung her. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. In der Formel 1 2013. Das war wirklich so. Denk dran, dass du auf angefahrenen Reifen unterwegs bist. Ja, ja. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf der Trattur sind. Das sieht mir nämlich schon eine ganze Ecke besser aus. Jetzt kriegen wir nämlich eben auch mal Drehzahlen. Du liegst in allen Sektoren hinter dem Soll. Ganz besonders in den Sektoren 2 und 3. So. Und es reicht. Du liegst in allen Sektoren. Und es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Du bist sehr schnell in Sektor 1, aber du verlierst ein bisschen Zeit in Sektor 2. Alter, willst du mich verarschen? Hohoho, was geht das hier auf? Yippie! Mit drei Leuten. Wir haben zu wenig Topspeed, Leute. Wir müssen die Aerodynamik des Red Bulls ausnutzen. So geht's nicht. Da muss ich vorher ein bisschen bremsen. Ui, 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 ui. Ist hier irgendwer mit weichen Reifen gefahren? Ja, Hamilton! Ja, dann kann ich das auch. 310, kann man sagen, schaffen war gut. Das Auto ist jetzt ja auch ziemlich schwer. So, Leute. Ich würde sagen, das sollte vollkommen reichen an Training. Ich werde das Setup so lassen. Ich glaube, ich werde den siebten Gang nur nochmal einen länger stellen. So ein kleines bisschen. Dass er ein bisschen mehr Drehzahlen noch über hat. Und dass wir nicht in Drehzahlbegrenzer kommen. Auf voll. Und nicht, dass wenn wir nachher im Windschatten kommen, dass wir dann auf einmal Nein, so sollte es schon klappen. Aber ich finde, im ganzen Fahrzeug fehlt dieser Biss irgendwie. Dieses Keine Ahnung. Alles klar, das überschreiben wir. Und ich sage damit vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2013. Mein Name ist Kabur. Es sollte eigentlich reichen, um mit dem Red Bull klar zu kommen. Werden wir mal sehen, was wir damit in der Qualifikation rausholen können. Ich gehe davon aus, dass wir da mehr auch mit rausholen werden. Ich lasse mich einfach überraschen so ein bisschen. Und es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Nur man muss auch sagen, wir haben immer für 10 bis 15 Runden Sprit drin. Ja. Also, mal abwarten, was in der Quali geht. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2013. Schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschaui, laui.